Neuist, ich bin Mohnen Ist ich jetzt eigentlich auf AP oder auf AD? Den meinst du? Den... VWF Neuist, Mohnen Ja, ich seh's, ich seh's Ja, das ist wirklich aber so ein lächerliches Stun-A-Lack Das ist geil, dass ich auch einen ADC spiele, der einfach im Grunde immobil ist wie... Scheiße, ey Wie ein Wurm Bordelain fehlt Schön Dreck ab in weniger als eine Minute In 30 Sekunden, ungefähr Ich mach ungefähr Was möchte ich mit weniger als einer Minute? Ja, da ist uns... Ich hab's Matt Mundbuchchen fehlt Ich hab noch gar kein Trinket gekauft, fällt mir dran auf Ja Bester Support Best Support World Warte, Mono, hast plötzlich keine Lust mehr Dann hast du einen Bruder? Dach ist in einer Sekunde mehr Ja, ich wollte Bordelain vorher einmal kurz... Wie du meinst Aber die sind sowieso grad nicht... Ja, jetzt ist es hier geworden... Ah ne, gut Hast du einen... Ach ne, du hast keinen Trinket, stimmt Ne Der steht auch im Raum Ich muss die Mitte halten, Mono Hast du denn inzwischen wenigstens einen Setsdown? Man kann eins machen... Ja, so... Du hast Smites? Oder nicht? Ja Gut, ich hab 600 Damage auf den Smites Malfit kommt Dann mach du zuerst bei 1200 Malfit kommt Malfit kommt Beide gleichzeitig smiten auf 1200 Malfit kommt, Jungs Jo Egal Warte, wir smiten erst bei 1000 Und Malfit kriegen wir auch Sie Nö Oh, sorry, Simon Ich mag halt Pascal lieber als Dich, Simon Tut mir leid Wie geil war der, Mann Herrliche Ult, echt herrlich Oh, da kommt was, da kommt was, da kommt was Das hier im G slap nur fehlt Okay, scheiß drauf Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott Nein, Pascal Hint Klick, Latein Au, au, au Oh, no, shit In the place Oh, shit Oh Nein Ich fährst doch dabei Komm, den kriegst du noch Den Alter, aber das war wirklich gut gemacht. Das war echt gut, ja. Das war echt. Aber ja, leider kann man nichts mehr machen. Konnte man nichts mehr machen mit der Situation. War aber gut gespielt von uns allen. Und das war einfach so lucky, dass der perfekt getimt war. Ruhig, dass das kill. Alles, alles kill. Ja, hab ich doch gesagt. Ja. Mun, nur kein Teleport mehr. Die, die sind im Dschungel? Unterer Teil. Ja, Schwerner hat doppelten Fahnen von mir, ne? Ja, war geil. Ich könnte hochkommen. Ich geh ja schon. Die hat dauernd kein Licht. Das ist das, was mir viel mehr Sorgen machen würde. Ich geh aber die ganze Zeit farmt. Ich hab schon wieder Trinket vergessen. Wie schnell jemand das holten kann, ne? Das ist unglaublich. Und mein Red Buff ist nicht da. Wow. Malphith und Leona kommen aus der Mitte zu euch hoch. Oh. Und jetzt kriegen wir einen Schaden mehr. Hier ist irgendwo ein Wort, aber ich weiß nicht. Boah. Ach, da. Also Leute, warum sag ich euch das eigentlich? Damit ihr in die halbe Linie nicht wieder oben bleiben könnt, bis sie da sind und dann sterben. Genau. Das erfüll ich mich auch immer, wenn du das machst. Wir wollten Ulten rausbaten. Ulten rausbaten, Yannis. Ach so, ihr wolltet Ulten. Na gut, na dann ist das was anderes. Ach so. Dann verhaut man so gerne einen Mundu, der eh nicht umfällt. Wenn ich Mundu spiele und die Ulti anhab und voll equipped bin, heil ich mich trotzdem nur um 1 AP in die Sekunde. Soll ich aber eine beschwerte E-Mails-Riot-Chicken. Und der, 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 der feilt sich einfach mal um das, sein ganzes Team hoch während er ultet. Der alte Sion, Mann. Warum, da denk ich der Bot-Turm, ne? So, Trinket! Ich soll den Bot-Lane holen. Und einen Sidestone, bitte bau dir einen Sidestone. Ist ja nicht hier auszuhalten. Ist gar nicht mehr nötlich mit dem neuen Trinket. Einfach auf Level 2 aufwerten und dann hast du deinen Sidestone. Oh, ich bin ruhig jetzt, Simon. Ja, den Sweeper brauchst du auch nicht, weil du die Rafters... Naja, Stembreiten kannst, wenn man Sweeper brauchst. Aber meistens hat der Jungler ja einen Sweeper. Ok, davon kann er ja jetzt mit seinem Smite auch die Rafters smiten. Deswegen hat er ja ohnehin fast bloßes Werte. Ich baue auch immer Sidestone. Sidestone, finde ich, ist Pflicht auf dem Support. Das ist meine Meinung nach. Ist eine interessante Erkenntnis. Ich hatte sie fast selbst noch nicht. Ich sag ja nur, dass man theoretisch den Sidestone nicht auslassen kann, bis der Sweeper braucht. Ich bin einfach flott. Nein. Wenn irgendwie zwei andere Leute sich den Sweeper holen. Ich bin wirklich, du brauchst die Gängnisgestützten fühlen. Ja, aber... Da hatte ich ja auch eine Idee. Die Bot... Das... Das war nicht! Das war natürlich nicht! Das war natürlich nicht! Der Michael hält uns aus, der Souveränz. 1.30 bis zum Dach. Nein, komm schon! Roman? Ja? Was? Oh! Ich dachte, du überlebst das. Tut mir leid. Was ist das für ein anderer? Oh, ich schrecklich. Ich habe überlebt das, Mama. Oh, ich schrecklich. Wo ist sie denn? Sie war irgendwo hier unten. Er hat die Lane gepusht. Ja, ja. Ok. Ach, ich bin oben. Sorry. Was geht denn oben? Ja, er dachte, du überlebst das. Nicht überlegen! Nee, ich bin einfach oben. Sorry. Ich dachte, du überlebst das fast kein Problem. Ich bin einfach oben, Mann. Ich konnte noch nicht weiten können. Er hätte den Lacher noch gekriegt. Das zweite war auf Cooldown. Ja, und? Ich konnte nichts machen. Pushen. Er dachte, du überlebst das. Ja, das sieht aus. Ja, war es alles? Ich komme in meine Richtung Dudley. Wow, Mondo ist so ein 1 Tryhard. So 1 Tryhard. Das ist da. Manchmal vieles Top-Lehnen, also. Aber ich warne jetzt hier irgendwo, ne? Wenn ihr jetzt kommt, dann kann ich ja auch... Oh, das ist ja Manuel. Ist egal. Oh, sie macht ihn gerade. Sie machen den schon, sie machen den schon. Nein. Ja, rüber mit der Wampel. Warte, warte, warte. Nein. Doch, easy. Philips, los. Nein. Egal. 680 Damage. Was mein? Geredet? Hat wieder umgedreht. Hier. Ganz sicher. Huuu. Ups. Was? Ah, Drake haben wir schon gekriegt, oder? Ja. Ja. Oh, schön cool der. Der Krabbe. Alles die gleiche. Schön Krabbe. Wetten, wetten sie dodged, wetten sie dodged. Uh, ne. Pascal, bist du ein Rapper dran? Ja. Komm rüber. Bäh. 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 Janus weißt du, erst smiten, dann hocken. Da triffst du immer. Ne. Nicht spannend, genau. Ach so, deswegen nimmt man auch smiten mit, damit Minions dann nicht auswärsen im Weg stehen. Das ist schlau. Genau. Ja, die Idee ist den Champions zu smiten und den dann zu hocken, weil er gesloatet ist. Ah, weil er verlangsam ist, genau. Smite dich daneben hauen. Außerdem, du hast WS für Objectives, du kannst Minions wegsmiten. Pascal, du solltest deine Arsch da wegbewegen. Ne, Pascal, geh mal noch weiter rein. Ja, das ist nicht so schön mit meinem Feed. Oh, shit. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Warte, warte, warte. Wo geht das? Musst du uns nicht unbedingt mitteilen, Philipp. Ich finde das witzig. Was meinte Philipp gerade? Ja, der ist witziger als du. Aber okay. Ich bin nicht wirklich. Doch, Pascal ist witziger als du, Philipp. Ja, fahren wir hinrücken, Roman. Ja, ich bin da auch. Pascal ist Philipp. Wir kennen uns seit der 5. Klasse. Ich finde, wir öffnen jetzt eine Diskussionsrunde. Also, ich gebe Pascal in den 9 und Philipp mit 3. Ey, Philipp, was hast du gerade gesagt? Ganz seit der 5. Klasse, du fällst mir hinrücken. Merke ich mir. Ja, ne, ist einfach so. Tut mir leid. Oh, nice flash, bro. Was ich einfach nicht kümmert. Was kümmert ihn halt? Da, eine Leona. Ich bin froh, dass ich jemanden nicht sieht. Welchen? Mundo. Ja. Das geht auch wie Tinder mehr. Ja. Ja. Nur hält es mehr aus und macht nicht so viel Damage. Du, 1000 Damage mit dem Q. Ja, für dass man nur Tank-Items hat, finde ich ganz schön hart. Ja, das macht aber Prozent-Schaden. Prozent-Wahl-Schaden, das ist ja schlimm. Äh, ja, auch nur 24% vom Leben, also von daher. Ja, voll easy. Ja, ich bin ja, ich bin ja wieder am Leben. Alter, wie easy das ist hier. Ja, weiß ich nicht. Easy, easy. Zu fünf gegen fünf Leute. Das ist ja keine AFK-Aufnahme. Ich würde gerne weg. Ja. Frick in drei Minuten. Ja. Ich bin nochmal in drei Minuten. Also ich sollte in drei Minuten nochmal sagen, dass Drake in drei Minuten das. Ja. Aber ich höre das jetzt nicht für sinnvoll. Kann ich aber gerne machen. Ja, das wäre sehr sinnvoll. Du schaust nur meine Taktik nicht. Und jetzt halb ich keiner auch stehen bleiben. Kann denn durch das Jungle-Item 700 mehr Leben, ey? Jo! Unterwegs! Boah, ich steuere! Egal! Yono! Tipp! In! Nee, überliebt das! Ui! Guck mal, Leute, ich dachte, du erlebst das! Egal, weil das war einfach richtig Yono! Viel Gegner gesehen, reingeflasht und gestorben, sehr gut! So macht man das! Ja, Paz, der macht sie gleich! Nee, ich hab mal eingesehen. HÄH! Also, Leona Ulti, Leona Q! PF Yellowcard und dann meine Fidu Ulti! Alter! Alter! Was? Aber hey, Pascal, du hast schön CC rausgebetet! Hätte ich das geahnt! Oh, da kommt die Teleport! Ja! Mondo hat sein Teleport verschwindet! Wir haben eine Kilo! So, Jungs, ich bin im Bett! Hallo! Gute Nacht! Gute Nacht! Ja, vielleicht kriegt der ihn morgen! Jo! Hoffentlich! Aber der... Nein, schade! Doch, hier! Sie! Und jetzt ist das ein bisschen von mir! Ach, das ist... Ich bin überhaupt nicht langer! Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin... Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Entschuldigung, dauert das in 3 Minuten. Oh geil. Oh, ein Blubuff. Oh, ne Schwerner.